So, das war der Seilwerfer. Das war der Seilwerfer. Okay. Jetzt können wir Seile werfen. Ja, du kannst jetzt jetzt auf dem Berg, wir haben ja auch auf dem Berg was gebaut, ne? Da können wir jetzt vom Berg können wir uns ein Seil hier rüber spannen lassen. Da können wir die Beine wieder rüber ziehen lassen. Das zeige ich dir gleich, wenn wir im Lager angekommen sind. Okay, wir sind natürlich immer noch erst so. Ja. Zumindest läuft es noch da rum. Wer hat er uns gesucht? Man weiß ja nicht, so, na, genau. Waaaaaah! Wie diehst du, machst du alles gut? Ich hätte es gerade immer anstellen, manchmal, ey. Ich bin da reingesprungen ins Wasser. Kann ich ja vorlaufen, ne? Ich lauf vor. Ich lauf vor. Ich lauf das. Immer der Nase lach. So. Der Mond scheint helle. Aber ich bin nicht ganz helle. Ob das eine Bewertung hat? Kann auch. Sonst halt einfach nur, ja. Ah, ich habe den Berg hier nicht hoch. So ein Berg hingelieben. Ja. Willst du voll. Hihihi. Oh, hier ist ein Weg. Ich habe einen Weg gefunden. Wir sind längst übrigens da nicht. Du willst voll. Ich habe einen Lager gefunden. Ich habe keinen Ausbau mehr. Tschüss. Ich hatte eben einen Grafikbock, glaube ich. Du, 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 du. So, ich bin da. Oh, no, no, no. Ich bin hier oben. Keine Reaktion. Ist auch eine Reaktion. Da oben. Ja, ich muss aber gucken, wo Europa halt hier oben ist. Da bist du. Ich bin oben halt. Und... Tschau. Du hast Hunger. Ich habe Hunger. Brauchst du was? Hier. Ich kann selber gucken. Ich habe selber was dabei. Nein, nein. Ich habe Fleisch. Noch ein Fleisch. Noch ein Fleisch. Also alles Fleisch. Okay. Jetzt ist verbranntes Fleisch. Ich verbrenne Geld. Wollte schon immer so an. Jetzt kannst du ja eben nicht verbranntes Fleisch machen, auch so. Wenn ich essen. Äh, nichts essen. Total jemals. Ich hoffe, dass man nochmal machen kann. Oh Mann, oh Mann. Was ist los? Hä? Nichts. Hö, hö, hö. Bunter. Ja. Das war ja auch nun wieder klar. Wir haben schlafen Zeit. Und abspricht der Zeit. Abspricht der Zeit. Er speichern oder er schlafen? Er speichern. Beides. Schließt du schon? Das schafft. Hm, hm. Ich glaube, ich habe nochmal abspricht. Oh. 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 Das schafft. Oh. 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 Du bist ja doch. Oh, wir haben wieder Besuch. Hallo? Ja, René. Okay? Ja gut, dann stehen wir da oben auch mal rein. Auf Kopf ziehen. Ich hab keine Freude mehr. Ich hab keine Freude mehr, warum hab ich... So, geil. Ich will meine Pfeile wieder haben. Danke. Gib mir doch mal meinen Pfeil wieder, du. Hier liegt doch Pfeil hinter dir. Hier an den Boden, guck mal hier. Ah, der hat auch noch einen Pfeil von mir. Ja, hier. Guck mal hier. Ja, okay. Aber der hätte trotzdem noch einen Pfeil von mir. Was ist das? Oh, esse ich den jetzt? Nein, ich sollte den nicht essen. Willkommen. Okay, gut. Willkommen im Kannibalbus. Oh. Das Eichenstein ist neben der Axt gesprungen. Aus Versehen. Äh, gelaufen. Nicht gesprungen. Was schreien die denn hier schon wieder so? Na hier, der macht das Ding kaputt. Die Mauer bei uns. Oh, warum macht der denn das? Wo ist der? Aua. Mauer hier. Gut. So. Okay. Erstmal was trinken. Okay. Ja. Ich bin reingerutscht. So, jetzt. Ein bisschen trinken. So viel. Ne. Hey. Guck mal da oben. Was ist denn da oben? Hier, warte. Warte, guck mal jetzt. Oh, Jo. Oh, wow. Oh, wow. Oh, 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 oh. Jetzt, jetzt warte mal. Jetzt warte mal, Jo. Jetzt warte mal hier. Oh, ja, gut. Oh, ja, gut. Oh, nein. Das war nicht gut. Das wäre so gut gewesen. Bist du dumm, weißt du das? So, dann machen wir mal. Oh, äh. Das war nicht gut, was du gemacht hast. Ja, man. Das war nicht gut passiert. Ja, man. Du. Das ist gar nicht so einfach. Du. Geht aus der Mauer. Halt. Hast du mich jetzt angeschossen, oder was? Oh, du kriegst Besuch. Ich warte hier. Ey, raus aus dem Bauhaus. Er ist im Bauhaus drin. Ich kann ihn nicht angreifen, sonst macht er das Bauhaus kaputt. Komm mal wieder raus da. Oh. Er haut da umgegen. So. Guten Tag. Ja, hey. Hast du ihn? Aua. Er hat mich gleich. Ach. Soll ich aber nicht? Nein. Er hat mich. Oh, Mann. Nee. Aber, ey. Feind bist du auch eh nicht so gut, oder? Nee. Der Flow. Der wird auch ab. So. Der wimmelt noch. Komm mal mit hier. So. So nicht hier, Freundchen. So. 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 So nicht hier, Freundchen. Das hat ja gut geklappt. So. So. Das hat ja gut geklappt. So. Reist. So. MasAustin. Oh.. Ma! манal. Bill! Imolks. Und jetzt? unten rechts war ja okay ich habe ich habe den hier geköpft der große der mit der keule wieder der machte die einrichtung ja kaputt da schluss habe ich gesagt du bleibst liegen bleiben das sind der probleme alle ob ich das ding wieder kaputt die festung ich bin heute sehr sehr schlecht hier da wollen wir dann noch mal ja ach so ich muss die flasche muss noch mal trinken an der wasserflasche dann geht sie leer und dann kannst du hier noch mal auffüllen ich hab noch gar nicht daraus getrunken wir haben einmal einmal getrunken hast du ja das volk das ist ein solver was soll ich sagen den wodka den wir gefunden haben die können wir nicht trinken der zum molkopf der herrschel nach den kann man auch trinken wir haben hier besucht ich habe jetzt aber keine Zeit bis zum nächsten mal da hang einer am baum wenn du mir herkommen bist habe ich vergessen nur muschel mal kurz gegessen ja wir müssen immer den dosenöffner suchen ein dosenöffner nicht die roten pilze essen jeder so fliegenpilze also muss ich noch mal essen damit ich so weiß dass die nicht gibt es nicht drin naja oh einzig ist sie wichtig was ist wichtig ich habe mir eine Marke gekriegt ob sie wichtig ist ich habe mich nicht wahrscheinlich dass ein nager ich habe wahrscheinlich dass ein nager bekommen ich habe nager verstanden nager habe ich nicht und ich habe nager Das war jetzt? Hast du Nägel? Nägel? Negro. Wir sind gleich da! das ist so ein wassertunnel wir brauchen wir die taucherausrüstung unter wassertunnel vielleicht noch nicht immer überlastete Ich hab so viele Seile, ich kann nicht mehr aufheben, die Seile. Ich habe so viele Seile, ich kann keine mehr einstecken. Hier, das ist nur Stoff. Stoff. Zwei Stücke. Zwei Stück Stoff. Na gut, das war es dann, oder was? Fick, war es das nicht. In dem Scheinfeld so. Gehen wir jetzt schon einmal rum, oder was? Ja. Okay. Das war eine sehr spannende Hülle. Oh, ich lege noch eine hier näher. Oh ja. Einmal abtauchen, bitte. Oh, halt aus. Ich bin zu lange tauchen. Ich habe gesagt, nicht zu lange tauchen. Ich bin tot. Oh, nee. Ich habe geguckt, ob da irgendwas kommt. Ich sage auch noch vorher, nicht zu lange tauchen. Mann, Mann. Er, er, er säuft erst. Verlucht uns so. Ja, ja, kippisch. Was sollen wir mit dir bloß machen? Mann, Mann, Mann. Oh, ich bin nicht im Lager. Ne, ich bin nicht im Lager. Ne, nicht bei der Hülle. Ne. Oder? Ne, kam mir vor. Oh, ich bin ein Elch. Das ist ja voll der Elch. Was? Ja. Ah, jetzt rollst du. Ja, na. Ho, ho. Witzig, witzig. Tralalala. So. Oh, geht abwärts. Ui. Rutscht den Berg unter. Wir rutschen hier und dort. So, ich bin da mal in den nächsten Hülle. Der Nebeljahrzeit nicht. Der muss erstmal Feuer trinken. Der ist auch gleich da. Oder auch gleich ist so. Ansichtbar. An dem hat er überhaupt gedrückt. Oh, ähm. Probleme? Ja, runterrutschen. Dann kannst du runterrutschen an den Berg. Ui. Aber vorsichtig. Ah, tot. Ernsthaft? Nein. Oh. Ich wollte schon wieder drückkommen machen. Jetzt muss ich dein Streaming aufhauen. Und du sagst hier, ja, Morbis muss drei. Habt ihr gedacht, Marc? Ja. 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 Heute auch. Oh, bin ich. Äh, verwunderlich. Oh, du kriegst Besuch. Von links. Äh, von rechts. Ach, jetzt. Von rechts. Von rechts. Etter links. Ist keiner. Ja, auch da so einer nach links laufen. Ja, schön. In dem Ozean, was du sagst, in unserem Fluss. Und Ozean, okay. Oh, hier ist ein Bug. Ich kann durch den Fels gucken. Tschüss. Ja, ist ja schon gut. Habt ihr schon gestanden? Kann ich hier stehen bleiben? Äh, ich sehe Kiste. Äh, ich hab mehr Kisten. Okay, mit Medizin? Ja, guck mal her. Oh, hier ist noch Dosen-Nahrung. Dosen-Nahrung. Und wieder Seile. Was kann man denn eigentlich mit Seile noch machen? Ist so viel hier? Reparaturzeug, Knochenrüstung, Knochenfeile, kannst du mitmachen und so. Mhm. Hier ist noch ein Stoff. Aha, aha. Duft, dass wir einen Dosen nicht gefunden haben. Jetzt haben wir so viele Dosen. Blätterrüstung, Fackel, Knochenrüstung. Mhm, mhm. Wofür braucht man ein Reparaturwerkzeug? Wahrscheinlich kannst du deine Rüstung reparieren oder deine, deine, äh, hier deine, deine, deine Festung reparieren. Und beschädigt ist, wenn, zum Beispiel, der Dicke draufgehoben hat, dann geht ja irgendwann das Holz kaputt. Ich kann vielleicht gar nichts reparieren damit. Das kann gut sein. Das müssen wir mal irgendwo noch aufprobieren, oder? Ja. Ja. Äh. So. Ah, ich hab mich erketet. Was hast du da? Open! Da können wir Gäten damit bewerfen. Ja, und dann? Was ist wenn man viel länger drückt? Was passiert da? Was ist kleiner? Achso. So, jetzt ist es 3-Polz. Man schwimmt den Plus runter. Hier die, mal her, wo ich bin. Wo ich bin hier. Die pinken Pflanzen, die kannst du essen, dann kriegst du ihr Leben wieder. Ne, Nahrung ist das. Hier ist noch mehr, guck mal. Und Ausdruck? Was ist das hier? Die kannst du auch kombinieren, dann kriegst du Energie wieder. Da musst du die richtigen Pflanzen hören, die hatte ich gerade nicht dabei anscheinend. Musst du noch mehr finden. Egal. Pilze. Pilze. Stein? Ein Pilzstein. Oh, da bleibt jemand. Da bleibt jemand, einsam und allein. Nein. Oh. Der ist auch nicht kopflos. Doch, der ist kopflos. Doch, der ist kopflos. Wow. Der ist mit der Tasche dabei, ne? Der magst du hier von dabei sein. Ein kleiner Stein drinnen. Ja, der ist mit der Tasche dabei, ne? Das ist mit der Tasche dabei. Das ist mit der Tasche dabei. Aber wir sind hier von dabei. Das ist mit der Tasche dabei. Ich machen erstmal die Tasche dabei. Das ist mit der Tasche dabei. Aufwärtsschwimmen ist... Na gut hier, na gut hier. Meinst du das war wettig? Ich war doch voll ernst. Wo laufen wir denn eigentlich hin? Oh, das ist noch so ein Punkt. Ab zum Punkt. Ich glaube, ich bin noch ein Punkt. Vom Punkt zu Punkt. Ich krieg dir doch raus zu machen, aber die ist ein bisschen weiter weg. Was ist denn da? Jo, Huzzle! Hier, guck mal hier. Hallo. Hallo. Woher? Das ist ein Elch. Dann hängt ihr jetzt ein Flugzeug. Medizin? Ja, das habe ich schon gesehen. Das habe ich auch schon mal entdeckt. Oh, Cornflakes! Warum schmeißt du denn die Medizin weg? Ich kann keinen Platz mehr haben. Du bist ja einer. Noch mehr Medizin. Noch mehr Medizin. Noch mehr Medizin, noch mehr Medizin, noch mehr Medizin. Du bist voll. Du bist voll. Wie kommt denn das, dass ich jetzt voll bin damit? Geld. Oh, Geld! Oh, nee, der jetzt nicht. Und da möchte ich ganz gerne wohnen. Sieht toll aus. Na ja. Hier liegt noch mehr Geld. Ich habe die jetzt angezogen. Bringt die was? Was bringt die was? Ja. Sieht sehr steinisch aus. Hier sind noch Batterien. Was hat der für... Oh, Batterien und Klebeband. Ich habe eine Rüstung dabei. Oh, Batterien und Klebeband. Hier, guck mal hier. Wo ich stehe? Im Gebüsch. Ja, da steht eine Kiste drin. Oh, ja. Und hier. Ich habe die auch wieder zugemacht. Batterien. 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 Oh, Geld! Nein, du brauchst nicht. Guck mich genau. Was ist hier? Ein Flügel. Hui, ich stehe auf dem Flügel. Okay. Wurde die Klöpfe schon verstanden. Ich komm schon. Oh, Mann. Du bist in der Kondos-Profi. Das war wo halt ein... 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 einarmiger Flügel. Oh, guck mal! Gänse! Komm her! Nee, Ende. Hängt gar nicht an. Was ist denn der Punkt jetzt? Oh, Eichhörnchen. 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 Ach. 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 Ach.